Wir haben ein besonderes Angebot für Sie gemacht, das ist der HAK-GREED. Führen wir mal schnell vor. Das ist unser Aktionsmodell. Der Stuhl ist einfach auf Ihre Körperproportionen einstellbar. Sie haben einen Zentral-Trägknopf, der Sitzflächenlänge und Rückenlängenhöhe optimal anpasst an die richtige Sitzposition. Eine sehr interessante Option bei diesem Stuhl ist diese Swingback-Technik darin, die Ihnen verschiedene Positionen ermöglicht und somit mehr Variation beim Sitzen. Die sehr ausgereifte Mechanik hat eine unheimlich interessante Dynamikeinstellung, die für die vordere und für die rückwärtige Bewegung jeweils unterschiedlich gesteuert werden kann. Qualität ist einfach Trumpf. Eine super Passform, hochwertige Materialien, eine sehr gute hochwertige Mechanik darunter und einen sehr guten Sitzträger, es lohnt sich einen guten Stuhl zu kaufen. Das können Sie bei Billigstühlen nicht bekommen. Sie erhalten 10 Jahre Garantie auf die Mechanik, eine lebenslange Garantie auf die Gasfeder. Gestalten Sie sich eine ergonomische Arbeitsplatzumgebung mit einem richtig guten Tisch, den Sie leicht verstellen können und den entsprechend passenden Stuhl mit genügend Dynamik und Aktivität für das optimale Arbeiten. Ich danke Ihnen.